Folge Nummer 52 von Avoyeon. Ja, wir sind hier irgendwo neben der Waffenfabrik eigentlich, oder? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wir waren noch gar nicht weggeflogen, oder doch? Äh, ja. Ich wollte auf jeden Fall gucken. Ach, ich bin gar nicht hingeflogen wahrscheinlich, sondern hab's einfach so aufgerufen, ne? Weil ich ja sowieso nicht bauen kann. Ich wollte nochmal gucken. Ich hab letztes Mal einfach hier die Tesla-Bauplan ungewöhnlich. Ich hab Titan. Gibt's denn hier auch Naunit? Das ist alles Material Titan. Das hilft mir ja gar nicht weiter, ne, oder? Ich kann den zwar bauen, aber der ist nur den Titan. Das bringt mir ja nichts. Selten, ungewöhnlich. Es ist alles in Titan. Fabrikbaupähne. Material. Titan ist nicht mein Zeug. Ich glaube, dass... Äh, ja. Das ist meins. So, da können wir einen produzieren dann. Kostet mich 41.000. Du musst die Station... Ah, okay, da muss ich gedockt sein. Gut, aber das haben wir dann ja mit. Dann ist ja alles gut. Oder? Nein, ist nicht alles gut. Gut, wir testen das mal lieber aus, bevor wir da, ne? Irgendwas falsch machen. Bringt uns ja nicht weiter dann. Wo kann ich denn hier docken? Okay, da oben nur. Da ist ein Ducking-Port. Einmal ranziehen. Und dann gucken wir nochmal rein, ne? Geschütztturm. So, jetzt wollen wir den wandeln. Jetzt haben wir den Bauplan, ne? So, da wissen wir, was wir brauchen. Das Zeug ist alles das gleiche, aber dann können wir welche davon bauen. Wunderbar, oder? 33.000 kostet uns der Spaß dann, aber wir brauchen trotzdem diese Zutaten. Zielerfassungssystem brauchen wir nicht, aber den Rest brauchen wir. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir das einkaufen. Äh, da hinten ist ein Handelsposten. Gibt's das da? Laser-Kompressoren gibt's, Laser-Modulatoren, Leiter gibt's. Das sind alles Sachen, die ich brauche. Stahl brauche ich noch. Der ist auch da. Und Hochleistungsgeneratoren, die fehlen dann da. Und was war das letzte Zielerfassungssystem? Aber das gibt's nicht. So, das bedeutet, wir fliegen da mal hin und kaufen das erstmal ein. Und dann gucken wir an den anderen Positionen, ob's da auch noch was gibt. Mal schauen. Knapp vorbei. Okay, top Bremsung, wa? Wo ist denn der Docking-Port hier? Ach, der dockt grad'n anderer an. Kann ich da auch andocken? Ja. So, Güter handeln. Laser-Kompressoren kaufen wir jetzt. Äh, wie viel Kohle haben wir da? 254. Wenn ich jetzt hier ein Stück kaufe, dann ist das schon alles alle, wa? Nee, da steht noch was hinter. Äh. Sehe ich jetzt aber nicht, ne? Da ist irgendeine Zahl hinter. Und da ist die Raumstation, die das blendet. Äh. Komm, 20, 30. Und hier kaufen wir auch 30 dann von. Haben sie nur 11, oder was? Ah, du kannst nur 11 von... Ah, toll. Leiter. Kaufen wir. Ah, da stehen nur noch 14.000, alles klar. Der Rest war nicht hier. Wir müssen also dann noch gucken, dass wir was verkaufen. Und irgendwer findet jetzt keine Dingens mehr, wie Astroiden mehr. Einmal in Chat hier rein. So, er muss woanders hin. Ich denke mal, er ist das hier, ne? Die Lady. Die Lady findet keine Astroiden mehr. Das heißt, neuer Befehl. Flieg mal Lady da hin. Die Lady. Die Lady. Soll bitte mal da und dann da hinfliegen. Kriegen wir das auch mal hin? Ich hab doch die Lady ausgewählt, oder? Ah, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt fliegt sie da hin. Toll, oder? So, und da Astroiden abbauen. Und dann hier hinfliegen. Reizuraffinieren und das wiederholen. Das ist jetzt doof, oder? Macht sie das? Das ist jetzt doof, oder? Ich möchte die Schleife. Keine Befehle in der... So, Tor da. Das machen. Das machen. Das machen. Das ist auch wieder falsch. Wir müssen ja da rüberfliegen. Ah. So, das ist abgebrochen. Wir bauen hier Astroiden ab. Wir fliegen nach da und raffinieren. Wir fliegen dann wieder nach da und dann wiederholen wir das. So, das müsste jetzt richtig sein. Und ich hab's gerade abgewählt. Super, oder? Das läuft ja wieder. Abbauen. Rüberfliegen. Herze machen. Rüberfliegen. Abbauen. Wiederholen. So. Raus aus dieser Karte. Und jetzt hat's geklappt, glaube ich. So. Wir sind noch an der Waffenfabrik. Das passt schon. Wir haben ein paar Sachen gekauft. Wir müssen jetzt erstmal was verkaufen. Ressourcendepot hier. Ja, dann fliegen wir zum Ressourcendepot. Können wir erstmal hier auch anwählen. Zack, da hin. Abbauen. Da unten findet wieder einer keine Astroiden mehr. Wo ist das? Ist das jetzt auch die Lady wieder? Gut, Lady, dann musst du woanders hin. Sechs Astroiden ist zwar wenig. So, die Lady. Fliegt da hin. Baut da ab. Fliegt dann da hin. Raffineriert da. Springt zurück. Und baut ab. So soll's sein. Gehe zu vier. Genau, passt. Der Miner hat zu tun. Und der Miner hat zu tun. Escape. Und weiter geht die Reise zum Ressourcendepot. Erstmal Klamotten verkaufen, damit wir Kohle kriegen. Einmal drehen. Und Dockingport finden. Da unten ist einer. Ressourcenhandlung. Haben wir was zu raffinieren? Nein. So. Da können wir mal zwei Millionen verkaufen. So mal da hin. Gut. Dann haben wir sieben Millionen plus. Den Rest. Können wir behalten. Erstmal, oder? Zack. Dann machen wir mal 200.000 vom Titan weg. Ah, das waren 20.000 wahrscheinlich nur. So. Ja. Reicht erstmal, oder? Jetzt müssen wir wieder Handelsposten finden, wahrscheinlich. Und so gucken. Güterschiff. Was hat er denn für Güter? Piratenkönig ist auch noch durch. Das Güterschiff bringt mir nix. Alles klar. Antigrafier ist also nix, was mich jetzt hier Handelsposten... Ich hab doch eben ein Handelsdepot hier gehabt, oder vertue ich mich? Oder war das ein Handler und der war nur zufällig hier? Hä? Hier gibt's keinen Handels... Waffenfabrik-Zulieferer, der war das, okay. Kein Handelsposten. Gut, äh, wo ist der jetzt? Da oben. Den fliegen wir nochmal an, weil wir da noch was kaufen müssen. Haben wir ja gerade verbaselt, oder? Ja, das Ding fliegt ganz gut, ne? So, und drehen. Und bremsen. Schiff und Insekter ruft um Hilfe. Ja, aber ich kann dem jetzt gerade nicht helfen. Sieh, aber doch, da sind Feinde, okay. Ich bin zu schwach dafür, das ist definitiv Fakt, ne? Gedockt. So, was hat mal Leiter? Haben wir nicht mehr kaufen können, glaube ich. Die kaufen wir jetzt. Jetzt müssen wir nur gerade den Frachtraum angucken, was wir haben, ne? Wir haben 30 Leser, 19. Lesemolatorenleiter haben wir jetzt 60, ist auch gut, alles ist egal. Können wir dann 19 kriegen? Ja. Stahl. Packe ich mal Rad 60 rein. Zielerfassungsgarten haben wir nicht. Ich glaube, der Rest gibt es hier nicht. Zielerfassungssystem gibt es hier nicht. Leiter haben wir. Hochleistungslinsen, die fehlen uns noch, die gibt es hier nicht. Gut. So, jetzt müssen wir Hochleistungslinsen finden. Gibt es da eine Fabrik für? Nicht wirklich, ne? Die werden irgendwo gebastelt oder was. Das heißt, wir müssen mal gucken. Traveller sind wir da. Schrottplatz ist da. Schiffswerf, Habitat. Ausrüstungs-Dock, Gaskollektor, Ressourcendepot. Gibt es hier irgendwo einen Handelsposten hier in der Nähe? Testlash-Spurenwebbel-Computer-Mention. Handelsposten. Das bedeutet, wir fliegen mal in diese Richtung. Geben wir die Koordinaten ein. Und dann nochmal da rein. Toll, kommen wir nicht rüber, alles klar. Kriegen wir wieder zurück, ne? Hat ja gut geklappt. Oder Spalt dazwischen, ne? Das Schiff schaut in die falsche Richtung. Nein, tut's nicht. So. Das bedeutet, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da rüberkommen. Da brauchen wir ein Tor für. Welches da vielleicht ist? Ost-Tor? Nein, wir brauchen West-Tor. Was ist denn das? Schrottplatz, okay. Da ist das Tor. Ja. War doch das Richtige, ne? West-Tor, ja. Zack, einmal rein und einmal gucken. Da ist der Handelsposten. Güter handeln. H ist nicht. Und Z ist auch nicht. Gut, dann haben wir da keinen Erfolg. Gibt's hier noch was, wo das sein könnte? Handelsposten, Ressort, Reparatur, Doc, Handel. Ach, es gibt zwei Handelsposten. Dann nehmen wir noch den zweiten auch noch. Und Güter handeln. Ah, nee. Gefährliche Ware, okay. Helium, nein. Gut, das bedeutet, hier ist nix. Das heißt, die Reise geht jetzt nach Süden. Warte mal, da können wir auch so springen. So, jetzt aber kurz noch nach Süden gucken. Und da den Handelsposten, waren auch zwei, glaube ich, ne? Die Handelsposten auswählen. H ist nicht. Das, was wir brauchen, ist da auch nicht. Waren hier zwei? Ja. Der zweite ist da runter. Da ist er. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das irgendwo herkriegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.